Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen in Dönerbude von die Europas. Wir heute verkaufen lecker Dönerfleisch, Bude, hier guckst du da, was, haben wir hier erste Kunde, hier ist erste Kunde, Bubu Pia. Ja, hallo, Bubu Pia, du möchtest Döner, Döner mit Hühnchen oder mit Roulade? Mit Hühnchen bitte. Roulade. So, ja, wir spielen Sniper No Scope, also nicht hier durchgucken, das ist verboten in Black Ops 2 und der erste, der stirbt, ist Bubu. War ja so klar gewesen. So, und ihr wisst, wie es läuft, ne, es wird hier nicht gestöbelt oder gestrubelt oder gepopelt oder wie auch immer. Oh, ich bin rausgeflogen. Ausfliegen darfst du auch nicht. Verboten. Haha, tot. Verdammt. So, ich lade das jetzt mal Ruhe nach. Das ist geschlossen, du, jetzt bist du ein stiller Zuhörer. Oh. Stopp doch. So, ich werde jetzt erstmal Döner töten. Ich habe am Anfang Doppelgegen hingelegt. Wie ist das gut? Oh, jetzt geh ich gerade. Äh, wie hat er mich erwischt? Ja, mit mein, aua, mit meinem Schießgewehr. Der heckt doch hier. Ah, ich habe auch immer was gekillt. Mit meinem Schickgewehr. Das Schöne ist, da wir ja Schalldämpfer drauf haben, sieht man nicht, wo die alle rumrennen, wenn sie schießen. Deshalb meinte ich das ja auch. Jetzt kommen die ganzen Trickshotter hier, Alter. Bam. Oh Mann, das ist echt hier. Aua, tot. So, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich flinke Hände eingepackt hätte, aber irgendwie ist hier gar nichts flink. Ehrlich, ist das schnell? Nein. Doch, das ist flinke Hände aber dabei. Ehrlich? Ja, ja. Und warum liegt der denn so lahmarschig nach der Oste? Das wäre ein schnelles Magazin. Das liegt ja schnelles Magazin. Das ist ja flinke Hände und Kirk. Und stelle es mal gezielten Aufsatz. Oh, Triple, Triple Feet. Du, verstehe. So, jetzt halt doch mal, renn doch mal nicht alles weg. Oh, Quicks, Quicks. Oh, Quicks. Nee, ist da noch ein Trickshot so. Geht doch. Hat erstmal Ruhe nach hier. Nein. Wie steht's denn? Ich bin im unteren Mittelfeld. Was? Er steht genau vor mir und ich treffe ihn nicht. Wo ist denn? Da ist er. Ja, jetzt halt doch mal. Komm schon, Baby. Still. Bist du das, Bubu? Was noch? Nein, das warst nicht du. Ich dachte schon, du warst das. Oh, alle an der Scheune. Oh, Hexer-Feed und dann gestoppt. Ben, tot. Was für Hexer-Feed? Ja, das ist, wenn man sechs Leute killt, ohne zu sterben. Sechser-Feed meinst du? Nee, Hexer heißt das. Hexer! Hexer, so wie Penta oder Quastro oder Triple oder Double oder Single oder weißt was, was ich meine. Okay. Oder gar keinen. Aber gar kenne ich mich nicht aus. Oh, ich hab schon viele Sachen. Oh. Hallo, Europass. Jetzt hast du meine Serie zerstört. Nein. Läuft bei dir. Oh, guck dir den Namen. Bubu, hab ich dich schon mal getroffen? Außer am Anfang? Äh, nein. Dann wird's Zeit. Nein. Oh, yeah, baby. Jetzt fall doch mal. Oh, nachladen. Ich muss nachladen. Lass mich doch nachladen, Mann. Boah, hat er einen Doppelkill gemacht hier, ey. Hallo, Kumpel Blase. Hallo, Cyborg. Ach, scheiße. Also, Bubu, wenn du Kumpel Blase sagst, hört sich das irgendwie komisch an. Kumpel Blase. Eure Batsch wird doch wieder reingekommen. Guck mal, ich hab die Kumpel Blase erschossen. Jetzt ist die Blase geplatzt. Die Blase muss platzen. Wo sind denn jetzt hier die ganzen Bösen? Nein. Da ist der Böse. Oh, Bubu, wo bist du? Den Nosekopf für eine Glückssache. Ich bin, äh, am Panzer. Jetzt kannst du gucken, welchen Panzer. Loll. Also, du bist dich an dem Panzer, wo ich grad bin. Weil ich hab da grad zwei getötet und du warst nicht dazu. Oh, Bubu, bleib mal stehen. Oh. Jetzt bin ich umgefallen. Wie so ein Stein. Jetzt hol ich auf. Ich hab ne 7-7. Extra Feed wieder. Oh shit, da wollte ich ihn krasse. Oh, ich bin auf dem dritten Platz. Scheiß, die Wand hat. Auf dem Bett ist das auch so. Ich bin wieder reingekommen. Wie bist du denn wieder reingekommen? Du Hacker. Ich war irgendwie offen. Ich hab bei jemand anderen einfach reingejoint. Ach, nee, bei WFRIGELDHAUDELY. So muss das sein, der Bubu Pia auf dem ersten Platz. Ja, gleich nicht mehr. Ja. Das werde ich zu verhindern wissen. Irgendwie. Da ist er! Da ist er! Stamm. Mach da mich in Ruhe. Ich muss nachladen. Hallo, allrum, was? Nein, ich muss nachladen. Manu. Oh, ich krieg dich noch. Oh, wie kriegt der mich denn da? Ich wundere mich auch manchmal, wie ich irgendwie Leute bekomme. Na! Na! Ich häng fest! Aber wie ist das eigentlich, wenn man keine Munition mehr hat? Dann ist alle. Dann ist gelitten. Dann ist alle. Dann musst du dich selfkillen oder so. Ja, das hab schon nie. Wie sollen wir sich wieder in den Zellen läppen? Dann musst du hinter den Zug springen und auf den nächsten warten. Ja, oder so. Ja. Wir sind aber hier nicht auf Express, ne? Ach so. Oh, da ist der Bubu. Da ist der Bubu. Da ist er! Wo ist er? Bubu! Jetzt, fall doch mal! Das gibt's nicht! Du wolltest aber auch nicht umfallen, eine Sau. Wieder in Europas. Oh, da sind so viele Typen, ey. Und ich treffe keinen davon. Das ist mal für den Scheiß hier. Fall doch mal einer um jetzt. Am besten der vor mir steht. Der da. Nein! Nein? Ah. Nicht der. Jetzt hat's mich zerpflückt. Noll. Da rennt einer. Den hol ich mir jetzt. Hier bleibt man stehen, da vorne. Hallo. Uh, Fotsgun, alter. Was ein hübscher Name. Ich dachte eigentlich, wieviel schlechter. Ah, jetzt bin ich wieder im Mittelfeld, ey. Eben, also so schon auf dem dritten, ey, weißt du. Und jetzt wieder im Mittelfeld. Ach, scheiße. Oh, ich hab mich vom letzten zum zweiten. Ah, jetzt hang ich fest, kacke. So, jetzt muss ich mal gucken, ob einer guckt. Wo sind die alle? Ach, da hinten. Nein! Ach! Voll der Blocker hier, weißt du, ey. Voll der Blocker. Nein! Ach, kacke. Ha. Ah, ey, wenn die zu weit weg sind, kannst du da sowas von knicken. Ach, was? Das Euro macht mich. Ach, was lag dabei. Oh nein, das Euro macht mich. Nein! Nein! Jetzt, ich hab schon langs, ich hab schon lang keiner getötet, ey. Einfach in die Menge schießen. Oh, Fregate. Fregelta, Fregate. Ah, Fregatte. Nein! Fregatte. Du bist hier wieder. Was ist das denn? Nein! Ich werde jetzt den Panzer hier nehmen. Ach, nee, scheiße, ist ja kein Battlefield, ne? Nein! Nein! Noll. Stopp doch, Ballum! Stopp doch, Ballum! Das gibt's doch nicht. Ich treff kein mehr so'n Scheiß. Das lief da eben doch so schön, ey. Er muss ja auch machen. Fregalter. Ey, ich glaub, mein Gewehr ist kaputt. Ah, jetzt geht's wieder! Nein! Ah! Ich glaub, ich hab meinen Haltepunkt gefunden. Das Euro, was? Dreh dich mal um. Nein! 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 Doch! Das, wuh, wuh. Ah! Da hat's mich zerpflückt. Yay. Liegt nicht mehr jetzt schon. Ich schleich mich jetzt doch nicht an. Ich wollte grad sagen, ich schleich mich jetzt an, aber es ist dann irgendwie nichts rausgewohnt. Ich weiß nicht, dass ich dich so bekomme. Was? Klar, Sigi. Da, Bubu! Jetzt lass mich dich doch mal... Das gibt's doch nicht! Alter, ey. Das ist doch abnormal mit dir hier, ne? Da ist er schon wieder. Was? Ich will dich nur einmal töten. Jetzt halt doch mal still. Ja! Endlich! Mann, 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 was eine Geburt, ey. Bist du den Typen mal fisst, ne? Wolltest du grad fisten, sag? Hä? Oh mein Gott. Da soll mal einer sagen, das wäre lustig hier, echt ohne Scheiß, ey. Immer Teppich-Porsche. Was, Teppich-Porsche? Ja, und ich kenne mal Rettis. Oh, BAM! Weg ist er! Weggesprengt! BAM! Bubu! BAM! Ne, komm, der nächste auch. BAM! Ich muss hier raus, scheiße. Nee, ich hab dich. Ah ja, das war ja letztlich... Och, Sende! Oh, Mann, das ist der wenigstens. Was war die Öffnzeit zweiter? 40, 14, Alter, so muss das laufen. Ja, eindeutig. Na ja, 22, 28, so muss das auch laufen. 13, 24, nein, 24, 21. Also ich hätte jetzt schon gar nicht trifft. Ich hätte es schon so einen 720-Top-Spin-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Ja. Und Salto rückwärts am besten auch noch. Ja, das war eine schöne schnelle Runde Sniper-Noscope. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Hat's euch gefallen? Ja. Ja, auf jeden Fall. So, Bubu darf nicht mehr mitspielen ab heute. Und wenn's euch gefallen hat, schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis denne und tschüss. Tschüss.